Peter Weiß für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gestern hat das Bundeskabinett den Rentenversicherungsbericht 2016 verabschiedet. Und es ist etwas geschehen, was in den Voraussagen der letzten Jahre nicht drin war. Und was völlig dem widerspricht, was die Linke vorträgt, nämlich, dass es einen tiefen Abstand des Rentenniveaus gäbe. Es ist in diesem Jahr das Rentenniveau gestiegen und es wird voraussichtlich auch im kommenden Jahr das Rentenniveau steigen. Und es wird über mehrere Jahre auf einem hohen Niveau weiter beständig bleiben. Warum diese Nachricht, die allem, was bisher gesagt worden ist, widerspricht? Weil die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und vor allen Dingen die Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse jeden Monat mehr als im Vormonat dazu führt, dass nicht nur genügend Geld in die Rentenversicherung fließt, sondern das Rentenniveau sogar steigt. Das ist die eigentliche positive Nachricht, die allem widerspricht, was die Grünen hier vortragen, die Linken hier vortragen. Nein, mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, das ist das Entscheidende, mit mehr sozialversicherungsversicherungspflichtiger Beschäftigung stabilisiere ich die Rente. Und das ist eigentlich ein Kernanliegen. Und dafür stehen wir. Steht auch die große Koalition mit Angela Merkel. Wir wollen durch gutes Wirtschaften, durch gute Beschäftigungspolitik auch in Zukunft für eine sichere Rente in Deutschland sorgen. Das Zweite ist, wenn man eine rentenpolitische Bilanz der Großen Koalition unbedingt jetzt schon mehrere Monate vor der nächsten Bundestagswahl ziehen will, dann muss man feststellen, dass mit dem Rentenpaket zu Beginn dieser Legislaturperiode wir zum ersten Mal seit 30 Jahren im Deutschen Bundestag konkret finanziell spürbare Verbesserungen für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland geschaffen haben. Es ist diese große Koalition, die es hinbekommen hat. Und da waren wir nicht knausrig, sondern wir haben, auch zu manchen Leidwesen, mehr Geld bereitgestellt. Zuallererst mit der Mütterrente, die uns 6,7 Milliarden zusätzliche Ausgaben im Jahr beschert, die aber den Müttern, die Kinder großgezogen haben, eine unwahrscheinlich großartige zusätzliche Hilfe, wenn sie Rentnerinnen und Rentner sind, gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun kann man, so wie der Kollege Birkwald es gemacht hat, natürlich erzählen, wenn ich mehr in die Rente einbezahle, dann ist da mehr in der Rentenkasse drin und dann erwerbe auch ich als Beitragszahler einen höheren Anspruch für meine künftige Rente. Gut, das ist das System der Rentenversicherung, wie es mit der dynamischen Rente 1957 von Konrad Arnau auch so recht eingeführt worden ist und wie es auch weiter Bestand haben soll. Aber Herr Birkwald und Die Linke beantworten uns nie die Frage, nie, wie denn diese Zusage, dass jeder von uns, jeder von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, Sie zuhören, wenn er mehr in die Rente einbezahlt, wie garantiert wird, dass er tatsächlich dann, wenn er einmal in Rente geht, diesen Renteneinspruch auch eingelöst bekommt von der jungen Generation. Das ist doch die entscheidende Frage. Und da war es übrigens Norbert Blüm, der als erster Arbeits- und Sozialminister in Deutschland durch ein Gutachten von Roknos sich mal hat ausrechnen lassen, was es bedeuten würde, wenn es im Rentenrecht gar nichts ändert und was es bedeutet, wenn dann einmal die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, also die, die jetzt noch im Arbeitsleben sind, und hinter ihnen nur relativ wenig junge Leute neu ins Arbeitsleben eintreten. Und dann kommen eben Rentenversicherungsbeiträge von deutlich über 30 Prozent heraus. Das muss man sich vorstellen. Rentenversicherungsbeitrag auf 30 Prozent hoch, Krankenversicherungsbeitrag hoch, Pflegeversicherungsbeitrag hoch. Und weil mit dem Rentenversicherungsbeitrag ja auch noch der Steuerzuschuss in die Rente steigt. Steuern hoch. Was werden die jungen Leute, die eines Tages dank linker Politik vor diesem Ergebnis stehen, sagen? Die werden sagen, Entschuldigung, bei dieser Steuer- und Abgabenbelastung lohnt sich Arbeiten schlichtweg nicht mehr. Herr Kollege Weiß, erlauben Sie eine Frage oder Bemerkung von Herrn Matthias W. Birkwald? Ja, er muss ja seine Redezeit verlängern. Bitte sehr. Ja, das ist jetzt aber Ihre Redezeit unter uns. Also, Herr Birkwald, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie das klargestellt haben. Das verlängert die Redezeit von Herrn Weiß. Herr Weiß, ich hätte mich auch nicht gemeldet, wenn Sie nicht gerade sozusagen nach der Zwischenfrage gegiert hätten. Aber ich will Ihnen mal Folgendes erläutern. In Ihren Beiträgen kommen die Begriffe Wirtschaftswachstum und Produktivitätsfortschritt niemals vor. Und jetzt machen wir das mal ganz konkret, weil ich ahnte ja, dass Sie so etwas sagen würden. Im Jahr 1960 betrug der Durchschnittsverdienst 260 Euro, ist schon umgerechnet. Damals hatten wir einen Beitragssatz von insgesamt 14 Prozent, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7 Prozent. Der Beitrag in die Rentenversicherung waren 18,20 Euro. Wenn man die abzieht von dem Gehalt, was es damals gab, blieben übrig 241,80 Euro. Jetzt machen wir noch zwei Schritte. 2016, 3.022 Euro brutto. Beitrag wird gezahlt 9,35 Prozent, sind 283 Euro. Bleiben übrig hinterher 2.739 Euro. Und jetzt gehen wir mal ins Jahr 2030. Und dann ist das Durchschnittseinkommen 4.502 Euro. Und wenn Sie dann einen Beitragssatz von 29 Prozent paritätisch finanzieren, bleiben 3.849 Euro übrig. Anders ausgedrückt, der Kuchen wächst. Und selbst wenn die Beitragssätze steigen, bleibt hinterher für die Beschäftigten wesentlich mehr übrig. Für die Finanzierung brauchen wir nur eine Rückkehr zur Parität, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber endlich wieder sich paritätisch vollständig an der Finanzierung der Alterssicherung beteiligen. Herr Kollege Birkwald, der Norbert Blüm und übrigens auch seine Nachfolger und auch diejenigen, die den Rentenversicherungsbericht erstellen, haben all das, was sie vortragen, Produktivitätssteigerung, Wirtschaftswachstum, Zuwanderung nach Deutschland, alles bereits mit eingepreist. Und deswegen, Entschuldigung, stimmen Ihre Beispiele alle nicht. Im Übrigen, dass vielleicht auch die Lebenshaltungskosten steigen und so weiter und so fort. Kommt bei Ihnen überhaupt nicht vor. Es ist doch selbstverständlich, jeder Arbeitnehmer heute und genauso jeder Arbeitnehmer in 10, 20 Jahren wird die Frage, habe ich genügend von dem, was ich verdiene als Lohn, gucken, was bleibt mir persönlich übrig. Nach Steuern abgezogen sind, Sozialversorgungsbeiträge abgezogen sind. Und so wie heute junge Leute mich fragen, die gerade noch in den Shop eingezogen sind, Herr Weiß, ist es eigentlich richtig, dass mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, ich so viele zusätzliche Steuern habe und so viele zusätzliche Abzüge, werden auch die jungen Leute in 10, 20, 30 Jahren die gleiche Frage stellen. Und auf diese Frage können Sie keine Antwort geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Richtig ist, dass 2001 unter rot-grüner Verantwortung und nicht der Verantwortung der CDU-CSU eine Gesetzesreform beschlossen worden ist, die schlichtweg so aussieht, dass sie den jungen Leuten eine Garantie gibt, was die Höhe des Beitrags anbelangt. Bis 2030 darf der Beitrag nicht über 22 Prozent steigen. Und wenn man das einhalten will, ist die logische Mathematik, dass das Rentenniveau ein bisschen schwächer ist. Der Fehler von 2001 ist, dass man nur bis 2030 gerechnet hat. Und deswegen möchte ich betonen, auch aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass wir auf die Zukunft hin eine klare Festlegung treffen als Gesetzgeber, was sozusagen das Mindestrentenniveau, was erreicht werden muss, ist. Und was auch der Höchstbeitrag, der für die Rente eines Tages mal gezahlt werden soll, ist. Weil die junge Generation zu Recht fragt, lohnt es sich für mich, noch in dieses System einzuzahlen? Und deswegen werden wir nicht umhinkommen, eine solche Festlegung miteinander zu treffen. Aber in einer Situation, in der wir es mit einem steigenden Rentenniveau zurzeit zu tun haben, ist es verrückt, die Menschen schalut zu machen, weil eines Tages mal es runtergehen könnte. Und zweitens, wir haben auch die Zeit, um in Ruhe eine solche Gesetzgebung hinzubekommen, die ich für notwendig halte. Also, wir brauchen Mindestsicherungsziele in der Rentenversicherung, sowohl was das Niveau als auch den Beitrag anbelangt. Aber wir können froh sein, dass wir in einer Zeit leben, in der dank starker Wirtschaft, starker Beschäftigung das Rentenniveau in Deutschland steigt. Mit der Reform von 2001 war ein zweites verbunden. Nämlich zu sagen, dass etwas, was die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland durchaus machen, künftig fest mit zum Gesamtversorgungsniveau der Rentnerinnen und Rentner dazugehören muss. Nämlich eine Zusatzrente, die nicht umlagefinanziert ist, sondern die ich für mich für die Zukunft anspare. Übrigens etwas, was offensichtlich die Linken überhaupt nicht verstehen und verstehen wollen. Aber über 85 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, so kann man es dem Altersvorsorgebericht der Bundesregierung entnehmen, der gestern verabschiedet worden ist, machen etwas zusätzlich für die Altersvorsorge. Und es ist auch vernünftig. Und das Unvernünftigste ist, unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die das Richtige machen, das auszureden. Nein, das Gegenteil ist richtig, sie darin zu bestärken, diese zusätzliche Altersvorsorge zu betreiben. Und deswegen haben wir als Große Koalition etwas vorgenommen, was wir in dieser Legislaturperiode auch umsetzen wollen. Nämlich das Betriebsrentenstärkungsgesetz, was am 14. Dezember im Bundeskabinett beraten werden soll. Und in diesem Gesetz ist etwas enthalten, was eine echte Revolution des deutschen Sozialrechts ist. Bisher sagen gerade viele Geringverdiener, was soll ich eigentlich mir irgendetwas zusätzliches an Sparvermögen abknapsen und anlegen, wenn am Schluss ich vielleicht doch auf Grundsicherung im Alter angewiesen bin und es alles weg ist, weil es verrechtet wird. Und da haben Sie recht. Und deswegen werden wir in der Grundsicherung eine Revolution vornehmen, die so aussieht. Künftig, künftig, künftig werden mindestens 100 Euro, maximal 200 Euro, was an zusätzlichem Alterseinkommen vorhanden ist, nicht auf Grundsicherung angerechnet. Also die These wird umgekehrt herum. Ich muss mich erst recht mühen und anstrengen, irgendetwas zusätzliches fürs Alter ansparen, weil ich weiß, das habe ich bei der Grundsicherung obendrauf und es wird nicht mehr verrechnet. Und das ist eine wirklich starke und kräftige Ansage an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. Und das ist natürlich richtig. Wer wenig verdient, hat wenig übrig, um zusätzlich etwas zu machen. Und deswegen werden wir in dem Betriebsrentenrecht eine eigene zusätzliche Förderung von 480 Euro jährlich für Geringverdiener einführen. Und auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein starkes Zeichen. Wer wenig verdient, der bekommt von uns zusätzliche Hilfe, damit er eine zusätzliche Altersvorsorge ansparen kann, die ihm nachher auch bei der Grundsicherung nicht angerechnet wird. Verehrte Damen und Herren, damit ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz ein Gesetz, mit dem wir deutlich machen, ja, wir wissen, dass wir für die Zukunft der Altersvorsorge mehr brauchen als nur gesetzliche Rente. Und damit alle mitmachen wollen, stellen wir die Stellschrauben so um, dass es sich für Unternehmen lohnt, dass es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lohnt, in betriebliche Altersvorsorge zu investieren, dass es übrigens für jeden Dank des Freibetrages lohnt, etwas zusätzlich zu machen. Denn freigestellt bei der Grundsicherung wird nicht nur die betriebliche Altersvorsorge, genauso das Riesersparen, Rührungssparen, Lebensversicherung und so weiter und so fort. Herr Weiß. Und das ist unsere Botschaft für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir stärken die Altersvorsorge durch zusätzliche Anreize und wir wollen gleich ein starkes Wirtschaftsaktum, mehr Beschäftigung dafür sorgen, dass in Zukunft auch das Rentenniveau stabil bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter Weiß. Nächster Redner Markus Kurth für Bündnis.